Du möchtest Boiys? Nein! Nein! Hast du das denn gesehen, als die hier mit den Quads rumgefahren sind? Ja, voll! Würdest du sagen, gestoppt oder gestoppt? Schau, ich bin drauf! Sind die immer noch verhältnismässig hoch? Ja, nein! Höher als du! Ich meine, es ist schon recht cool ausgesehen. Wir sehen laufen. Es ist schon süss. Ja. Oh, da hängen! Das sind leerständige Häuser. Ich bin ehrlich, ich bin wuchten, aber ich bin einfach eine Kamera. Es ist wirklich wichtig, dass sich ein System wegziehen. Es ist ein System, aber manchmal funktioniert das System nicht. Also, bitte, weg von uns. Okay. Das ist ein Keymind-Fern. Ja. Check das auf deinem Live-Fern. Ja. Wenn du das aufhören möchtest, musst du nicht aufhören. Das ist sehr lang. Wenn du es aufhören möchtest, dann kannst du es aufhören. Wenn du es aufhören möchtest, dann kannst du es aufhören. Dann kannst du es aufhören. Ja, das ist mein Freund. Ja, das ist das. Alles klar! Oh du f***! Ja. Ja. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. At 2 o'clock in the night, we will return and take the ball. Can we go down? I will be security tonight. Alles klar. Du bist gestorben, bevor du drüber bist. Bro, das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Und ich bin wirklich fast ein paar Mal abgelaufen. Mein Name ist Erik. Und das ist Jackass. Und das ist der... Dummy-Alter! Walkthrough of Death-Alter. Wie sollst du hier laufen? Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Wie ehrlich, ich auch gerade ein bisschen zittern will. Kannst du es ruhig anziehen? Kannst du es ruhig anziehen? Kannst du es ruhig anziehen? Ich muss ehrlich sagen, es knöpflen schon gleich ein bisschen. 3, 2, 1... 1, 2, 1, 2.... 1, 2, 1, wo rein! andra JP1 Wie ist das, das könnte man nachô Bianco sein? Ich habe da eigentlich gerne eine sede. Ich glaube es sieht auch noch mehr aus, als wenn du im Bad gehen würdest. Jetzt gehen wir rein. Oh, jetzt fischen! Oh, ein Krebs! Crab, ein Krebs! Ich mache gerade Fotos. Ah ja, das ist richtig schön. Hä? Das ist aber auch hot. Sag das immer. Sorry, das ist politische Gespräch. Ja, das ist politisch geworden. Ich meine, der Sonnenuntergang. Halt, wir sehen es neben dir. Gau? Ja, jetzt haben wir es gut drauf. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt tiefer und tiefer in die Hölle rein. Für die, die die Forest kennen, das ist ein, zwei so eine Hölle, die man verschleppt wird, von den Einhändischen. Schau mal, du siehst hier, es ist eine Hand und ein Gesicht, das dargestellt wird. Wir gehen natürlich davon aus, dass früher hier Leute rauskennen. König und Königin, die in der Wagen nicht mehr kennen. Komm mal, nicht mehr zu Hause. Im Stag schlafen. Ja, hier ist überall alles voller Küder und grausig, die Menschen. Dort ganz hinten sind noch so hübsche Frauen. Würde Juli auch nicht so sagen. Ähm, sorry. Ist das so? Ich mache keine Aussage zu diesem Thema. Aber, aber... Aber ja. Sollen wir noch ein wenig Ding Shots machen? Im Dunkeln? Wir sind die Hummus Gang, die mit der Mülle. Hummus Gang. Hummus Gang, Hummus Gang. Lachs. Lachs, lass ich. Ich habe Knoblauch Brot mit Käse. Das Problem mit Knoblauch, ich habe den Erik nicht mehr zu küsse. Er hat das nicht so gerne. Ahhhh. Ahhhh. Aber, ah so. Sorry. Ich habe hier Oberschiene. So, jetzt bin ich mal der Asch. Ich habe den Mixed Grill. Mixed Grill. Ich habe Polmates. Die ist tiefgerisch. Yes, yes, yes. It's everything alright. Ich habe Salmone Cotto. Spaghetti. Schau mir an. Das ist grün, du Idiot. Nico. Nico, ich bin farbeblind. Was ist grün? Ich habe Salat mit... Das ist das Gleiche Salat. Salat mit Chicken. Potatoes. Und mit zweitem Kito. Aber nicht der letzte. Statusbericht. Erstens. Ich habe das Gefühl, ich würde die pro Minute Dezibelzahlen einfach hochstellen. Nachher. Jeder. Aber wirklich jeder. Ist überfüllt. Okay. Was ich jetzt gerade erzählen, weiss niemand. Ich will nur noch mal ausgehen, Mann. Jetzt chillen wir hier. Für... Piercing. Zum Glück haben keine Boys kein Tattoo machen, weil sie ein Tattoo hätten machen können. Wird so eine Stunde länger gehen, gell, Nico? Hier. Nein, hier. Es ist schon 10 ab 12 Uhr. Und jetzt... Es ist jemand zu diesem Video angekommen, wo ihr ein Like droppen müsst. Für mich. Wo einfach ein Lonely bin. Wo einfach im Ausgang sein will. In einen Appa. Im Letzten hier oben. Wo niemand hätte wollen können, wenn wir im Ausgang kommen. Aber wo alle einfach meine Tattoo strechen wollen. Und jetzt plant ihr euch mal schnell ein Video von Herziger Katze. Nehmt euch hier in der Mitte. Genau hier oben. Hier. Herzige Katze. Gebt ein Like für die Herzige Katze. Wir sind heute gerade Jetski gefahren. Das war sehr positiv. Ohne die Frauen. Ohne die Frauen. Ohne die Frauen. Das war sehr angenehm. Das habt ihr liebe Zuschauer. Ihr habt ja alles schon im Video gesehen. Dann würdest du heute alles schon im Video dienen. Nach dem. Aber man muss noch mal erwähnen, weil es so gut war. Wenn ich Party mache, dann spreche ich immer. Vor allem wenn es so viele heisse wie die. Ja, wenn es so viele heisse Frauen hat, dann auch. Das wird das nächste Video bekommen. Ich habe mich gerade tätowiert. Das ist ein Informatiker. Ein Informatiker. Ein Informatiker. Ein Informatiker. Ein Informatiker. Entschuldigung. Vier Monate keine Blutspende. Kein Sandwich gerade zu bekommen. Bitte, bitte 5 Euro. Bitte, bitte geben sie mir 4 Euro. Nein. Und jetzt habe ich nur Issa Ihres. Und Soraya musste natürlich schauen. Und fast einfach fotzen. Ich habe noch nie so hart den Arsch anputzen. Ich denke, ich habe einen Tattoo. Mega gut. Er hat es wirklich sehr gut gestochen. Ich bin happy. Wir sind alle happy. Soraya hat das Tattoo gestochen. Nein, nein. Das Piercing. Sorry. Was soll man sagen? Das Piercing gestochen. Wir haben mehr Gäste bekommen. Der Lutz. Der Noel. Das bin ich. Der Noel. Hallo. Das ist der Dungen. Btw. sind Taxis, falls es noch nie gefilmt hat. Das ist einfach eine Länge Mercedes. Hallo mit 2. Hallo. 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 Hallo.